so wir sind aufgeladen und startklar ich habe eben schon mal gesagt dass ich das fahrzeug liebe ich bin sowieso schneller als die da was ist ich schneide jetzt wieder irgendwo gegen was angemütze ich will sein geh mir nicht im weg, geh mir nicht im weg, geh mir nicht im weg und auf Wiedersehen meine Freunde aber ähm oh nein keine GD schalte Ah, ich glaube ich auf der anderen Seite war Ah, ich weiß nicht, oder? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist doch wie ein Juicy-Esser Die von einem defekten Bot verwendete Fehler Was war los? 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 So viel Popular So viel Zeug Auf dem Rücken Drauf Ah, der Bote. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Alle scheinen in bestem Zustand zu sein. Abends, der wird am schnellsten wieder auf dem höchsten Level sein. Größere Pulle. Was ist das denn? Hochleistungsgut. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Vernachlässige deine Gesundheit nicht. Gute Doktor. So, ist weiter. Photoshop. Das war dann vorbei, das ist in Ordnung. Nicht. Das krieg ich aus. Vielen Dank für deinen Beitrag. Oh, ist überladen. Oh Mann. Da muss ich zwei Clips machen. Bin ich weit weg zum Glück. So viel zum Thema empfindliche Ware. Das war nicht her. Hey, Sam. Wie habe ich das? hat er diese andere dinge auch noch mitgenommen so Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Nein! Fuck, Digga! Oh, niemals! Oh, das ist aber... ...irgendwo nach China verbrachtet schon wieder. Oh! Ey, weil besonders jetzt muss hier auf einmal ein scheiß Gebiet dafür sein, oder was, ey? Oder war hier nix? Als fiel es einem richtig auf den Zeiger hier, oder wie? Ich will gleich mal gucken, dass die Behälter in Ordnung sind, beziehungsweise drauf springen. Das ist so gut! Ausatm du auf die Bauteilung! Power ambient, doch nicht richtig. Der Bruteil erstaunierte, however sich auch beim Couple f Academy von Kipper sammelt. Aber Iso ... wollen Sie, das ihr noch einem Mal服lar anальным Preis gewinnen? Das sind die Aqui von K miefern integriert. Das ist ein Schnee, ja. Das ist ein Schnee, ja. Sieht alles super aus, Mensch. Nur ein paar Mal fast hingefallen. Da bist du ja, Gott sei Dank. Sie kann kaum noch. Hättest du länger gebraucht, wüsste ich nicht, was ich getan hätte. Ja, das waren 20 Minuten. Aber nur wahr. Der Geier hat um S ran. Sollte, glaube ich, der letzte gewesen sein hier in der Nähe. Sollte, glaube ich, ich habe noch zwei Leute. Was könnte denn dahinter noch sein? Stimmt, Stülp, die und schlaft die im Verbrennen gehen. Mit diesem Gerät kann ich sie untersuchen, als wäre ich vor Ort. Die Manipulatoren am Terminal kopieren meine Bewegungen hier exakt. Und mit dem Biodrucker kann ich Impfstoff nach Mars herstellen. Schade, dass meine Frau nicht mehr von diesen Geräten bauen konnte. Mehr als die hier haben wir nicht. Aber keine Sorge, wir werden alles tun, damit euer Kind sicher auf die Welt kommt. Oh, Dankeschön. Oh, das ist, das ist unglaublich. Du solltest ihm danken. Das Netzwerk, bei dessen Aufbau erhilft, wird die Medizin für immer verändern. Gut, dann wollen wir mal sehen. Du hast uns praktisch einen ernstlichen Hausbesuch organisiert, Sam. Besten Dank. Gut gemacht. Bibi 28 ist bald wieder im Einsatz. Auf das Kleine ist echt verlassen. Zieh es durch, Sam. Andung, Sam. Ein neuer Auftrag vom Bergsteiger für dich. Er bringt dich in eine Region, die noch nicht im Chiral-Netzwerk ist. Natürlich ist dies eine Chance, das zu ändern. Sieh dir das bitte mal an. Okay. Gute Arbeit. Neuer Auftrag vertrekbar. Hm. Fotografen. Oh, du wirst die Krafthandschuhe lieben. Sie verbessern die Arm- und die Greifkraft enorm. Wenn du mit einem Seil eine Klippe erkletterst, schaffst du es deutlich schneller nach oben. Auf. Und damit nicht genug. Bist du schon mal einen Steilhang hinabgestürzt? Wahrscheinlich hast du versucht, mit den Händen abzubremsen, oder? Also, wenn du die hier trägst, kommst du viel schneller zum Stillstand. Versprich mir nur, dass du damit niemanden schlägst, okay? Dafür sind sie nicht gedacht. Was ist, wenn ich da mit jemanden schlage? Oxygen ins Koma, oder? Anschlag hinabgestürzt. Schlafen boutiger Geräte. Was ist, wenn du mit jemanden schlägst? Wie solltest du den Händen voraum gehen? Ich bin jetzt einfach zur Seite. Das ist ja auch wenn ich. Wir gucken dir. Dann nennen. Leute, vielleicht wunderschauen. Wir wissen beim Schlafen. ein paar mehr dazwischen wir einfach direkt unter naja für später mal unbedingt schnell zu ihm hin muss das kann ja was werden ja doch richtiger weg ich sowieso hier runter muss mach ich denn da ja Nein, der ist zerstört, niemals. Ich muss laufen, nein, ich bin richtig beschissen. Ich werde jetzt durch dieses ungehexame Gelände anstrengen, ich glaube. Ich habe noch irgendwie ein so ein Ding da. Okay. 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 Das ist aber richtig schnell. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, voll vergessen, dass ich da ja mal was abgestellt hatte. Die sind auch alle schon fast fertig gebaut, die Sachen. Denk ich nur durch die Gegend, die den Rest einfach machen. Die sind auch alle schon fast fertig gebaut. Wie komme ich denn da rüber? Kann ich, habe ich das Gefühl. Außer ich mache jetzt die Brücke fertig, aber das kann ich nicht. Oh, ja. Oh, ja. Ich habe die Augen gehört zu Fuß, Fuba. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das war's. Ja, zumindest weiß ich jetzt, wo ich da rüberkomme. Ich hoffe, dass die direkt beitritt und die nicht noch irgendwelche Metzchen macht. Ich hoffe, dass ich da rüberkomme, dass ich da rüberkomme, dass ich da rüberkomme. Sonst hast du nichts für mich, oder? Nein? Okay, vergiss es. Ich hätte nie erwartet, eine Lieferung in einem so guten Zustand zu erhalten. Kein Wunder, dass die sich alle drüber wundern, dass das immer so geil aussieht, wie wenn die Lieferroboter gewohnt gewesen sind, ey. Die ständig mit 99% Schaden Sachen ranbringen, ey. Die Gülle. Nicht mal echt. Hier ran, durchknicken. Hey, ich habe eine Bitte. Könntest du vielleicht die Kamera meines Vaters für mich finden? Es ist eine lange Geschichte, aber er führte in der Gegend Feldforschungen durch. Mein Vater glaubte, der Schlüssel zum Verständnis des gestrandeten Todes lege irgendwo in den Höhen und Gestaltsschichten verborgen. Doch er starb, bevor er sein Werk vollenden konnte. Jetzt muss ich es für ihn abschließen. Und vor kurzem habe ich etwas gefunden. Etwas Erstaunliches. Ich war mir sicher, dass mein Vater genau danach gesucht hatte, auch wenn ich selbst die Verbindung zum gestrandeten Tod nicht sehen konnte. Ich brauchte eine Expertenmeinung. Jemanden, der sich meinen Fund ansehen und ihn mir erklären konnte. Also habe ich meine Entdeckungen mit der Kamera meines Vaters dokumentiert. Ich habe alle Einzelheiten fotografiert. Doch auf dem Rückweg traf ich auf eine Gruppe bewaffneter Männer und geriet in Panik. Ich habe alles fallen gelassen und bin einfach nur gerannt. Zum Glück haben sie mich nicht bemerkt. Aber nach der Flucht war die Kamera mit der Box und allem weg. Seitdem versuche ich den Mut aufzubringen, nach ihr zu suchen. Aber dann fiel mir ein, dass das Prachtetikett noch an der Box klebt. Und ich dachte mir, dass du sie vielleicht orten könntest. Schließlich arbeitest du ja bei Bridges und so. Bitte, ich würde alles für diese Kamera geben. Ich stelle den Auftrag ein. Ich hoffe, du verstehst, wie wichtig mir diese Kamera ist. Bis ich sie in Sicherheit weiß, kann ich an nichts anderes denken. Also ab in das Mule-Gebiet, ey. Du kannst sie zur Formel benutzen, als du sofort loslegen willst. Hier. Ach, wenn ich selbst ginge, würde ich das hier mitnehmen. Tu dir keinen Zwang an. Gute Arbeit. Neuer Auftrag vertikbar. Weitere Reform. Ja. Das ist die Füße. Ja, ja. Tödliche Stürme, ja. Aufwand zugewiesen. Nicht tödliches Sturmgewehr. Das ist schon wieder mit seinem Blut gefüllt, oder was ist das denn? Oh. Nicht verstehen, oder? Scheiße. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sam, hast du unsere fehlende Fracht gefunden? Hm, offenbar prägt sie jemand umher. ZDF, 2020 Mit den Blutkugeln kann ich die jetzt außer Gefecht setzen, aber ich will mir die mal angucken. Tötliches Sturmgewehr, Sturmgewehr verschießt Gummigeschosse. Okay, sieh. Yeah. Yeah. Okay. 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 Das war's. 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 Ich sehe mich schon, dass er schon am Boden liegt da, erstmal dreimal ins Gesicht ballern. Keramik kann ich gebrauchen. Ich muss mal hoffen, dass ich den ganzen Kram dann bei ihr recyceln kann. Dafür, dass ich ein paar Leute ungenietet habe, sollte es das Mindeste sein, dass ich den freien Start dann vom Mexiko beitritt. Boah, das ist doch dieser Top Speed. Top Speed! Top Speed! Ich kann ihn irgendwie nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Ich hätte ihn vielleicht mal aufladen sollen, Trottel. Super. Ich habe einen Truck voller Materials. Ich kann ihn nicht mehr benutzen. Oder leers? Was? Ey, Alter! Digger! Kann ich den nicht schieben oder so? Digger. Ich bin jetzt nicht mehr darauf gekommen. Ich bin jetzt schon mal der Maschin. Ich bin jetzt schon mal bei der Maschin pipe. Ich bin jetzt schon mal bei der Maschin war. Ich bin jetzt so alle ab, aber ein Mensch. ich laufe ich ihm ich laufe erst mal wieder vollhorst durch die gegend jeder konnte aber auch lernen dass das scheiß gegen so schnell mehr geht wirklich ich dachte schon ich würde sie nie wiedersehen uuuhhh oh Gott sei Dank sie sieht exakt so aus wie immer oh du ahnst gar nicht wie viel mir das bedeutet dafür hätt es mir nur einen dritten Stern geben können naja ja es war die Idee meines Vater zu herzbeziehen er war überzeugt dass wir es gestrandeten Todes ganz allein lösen zu können und wir dachten das auch aber nie nur was daraus geworden ist wärst du nicht hier vorbeigekommen wäre die Kamera verloren gewesen und niemand hätte je einen Blick auf unsere harte Arbeit werfen können das dürfen wir nicht zulassen die Welt muss davon erfahren irgendjemand da draußen wird daraus schlau werden also verbinde uns wir wollen Teil der UCA werden überhaupt besser aber das stimmt ey das muss so schwer sein alle Sachen auf Stufe 5 zu bekommen man muss sich durch die Gegend rennen und fahren und was weiß ich also ohne dass die ganzen Wege und so alles anständig gemacht sind kannst du sowieso vergessen da musst du eh jetzt so viel Zeit rein investieren ne so ich schnipp nochmal da war noch richtig viel frei die Leute da nebenstehen nix sagen ne 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja... Sam, wie ich sehe, hat dich unser Bergsteigerfreund kontaktiert. Er hat wohl einen Auftrag für dich. Könnte man sich mal ansehen.